Willkommen zum fünften und letzten Teil unserer Serie zur Nominalisierung und Verbalisierung. In den letzten Teilen haben wir uns ja schon angeschaut, wie sieht die Nominalstruktur und Verbalstruktur aus, wie verändern sich Präpositionen und Konjunktionen, Artikel, Adjektive, Subjekt und Adverbien, Nomen und Verben. Jetzt wollen wir das Ganze praktisch trainieren. Fangen wir einmal an mit dem Nominalisieren. Unser Beispielsatz, erst als die Krise eintraf, haben die verantwortlichen Politiker reagiert. Erst als die Krise eintraf. Hier steht unser Nebensatz aus Konjunktion als, Subjekt die Krise und das Verb eintraf. Was machen wir, wenn wir nominalisieren wollen? Als erstes und einfachstes können wir aus der Konjunktion eine Präposition machen. Aus als wird bei. Erst bei. Wenn Sie dazu noch einmal Fragen haben, können Sie sich noch einmal das Video mit den Konjunktionen und Präpositionen anschauen. Erst bei. Nach der Präposition folgt in der Regel ein Nomen. Das bauen wir aus unserem Verb. Deshalb nominalisieren wir ja. Eintraf. Unser Verb heißt eintreffen. Erst bei dem eintreffen. Aus dem Verb eintreffen wird das Nomen das eintreffen. Zusammen mit der Präposition bei und Dativ bei dem eintreffen. Was noch bleibt, ist unser Subjekt. Wer oder was traf ein? Die Krise. Daraus können wir, Sie erinnern sich, drei verschiedene Bausteine machen. Wir können ein Genitivattribut machen. Wir können von plus Dativ machen. Oder wir machen ein zusammengesetztes Nomen. Am einfachsten ist hier vielleicht sogar das Genitivattribut. Bei dem eintreffen der Krise haben die verantwortlichen Politiker reagiert. Erst bei dem eintreffen der Krise haben die verantwortlichen Politiker reagiert. Wollen Sie anstatt eines Genitivs von plus Dativ machen, haben wir erst bei dem eintreffen von der Krise. Ein zusammengesetztes Nomen, das Kriseneintreffen, funktioniert hier nicht so gut. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Unser Satz? Die Bundeskanzlerin verzichtet darauf, an der Kommission zur Grammatikreform teilzunehmen. Achtung, hier haben wir ein Pronominaladverb. Sie erinnern sich, in der letzten Folge haben wir über die Pronominaladverbien gesprochen. Darauf. Unser Verb heißt verzichten und es braucht die feste Präposition auf. Aus dem Pronominaladverb wird wieder die Präposition. Verzichten auf. Worauf verzichtet die Bundeskanzlerin? Jetzt brauchen wir ein Nomen. Das Nomen bilden wir wieder aus unserem Verb teilzunehmen. Aus teilnehmen wird jetzt das Nomen die Teilnahme. Die Bundeskanzlerin verzichtet auf die Teilnahme. Die restlichen Bausteine können gleich bleiben. Die Bundeskanzlerin verzichtet auf die Teilnahme an der Kommission zur Grammatikreform. Achtung, wenn wir den Nebensatz auflösen, fällt natürlich auch das Komma weg. Das waren zwei Beispiele für das Nominalisieren. Jetzt wollen wir uns zwei Beispiele anschauen, in denen wir verbalisieren. Bei der Vorbereitung dieses Kurses habe ich viele neue Aufgaben erstellt. Bei der Vorbereitung dieses Kurses. Hier ist die nominale Struktur mit der Präposition bei, dem Artikel der, dem Nomen Vorbereitung und dem Genitivattribut dieses Kurses. Auch hier fangen wir am einfachsten wieder an, indem wir aus der Präposition bei die Konjunktion als machen. Bitte erinnern Sie sich, aus bei können wir wenn oder als als Konjunktion machen. Hier passiert aber etwas einmal in der Vergangenheit, also brauchen wir als. Habe ich viele neue Aufgaben erstellt? Vergangenheit. Ich habe den Kurs einmal vorbereitet, einmal Vergangenheit, als. Als habe ich viele neue Aufgaben erstellt. Wenn wir verbalisieren, kommt jetzt der Punkt, an dem wir den Satz komplett aufbauen müssen. Das heißt, wir fragen uns, wer macht was? Wer ist Akteur in dem Satz? Hier können wir annehmen, ich bin Akteur. Ich bereite den Kurs vor. Ich habe viele neue Aufgaben erstellt. Wenn der Akteur der gleiche ist, können wir ihn übernehmen, als ich. Das Verb, was wir brauchen, ist vorbereiten. Dieses Kurses, unser Genitivattribut, wird in dem Fall zu einem Akkusativobjekt. Wer bereitet was vor? Als ich diesen Kurs vorbereitet habe. Achtung, aus der Endung dieses Kurses für Genitiv, wird Akkusativ diesen Kurs. Bleibt am Ende noch unser Verb. Hier müssen wir schauen, in welcher Zeit wir das Verb brauchen. Die Präposition BEI und die Konjunktion ALS drücken aus, dass etwas gleichzeitig passiert. Ich bereite den Kurs vor. Ich erstelle neue Aufgaben. Mein Hauptsatz steht im Perfekt. Also steht auch mein Nebensatz im Perfekt. Es ist ja gleichzeitig. Als ich diesen Kurs vorbereitet habe, habe ich viele neue Aufgaben erstellt. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Trotz des Einsatzes digitaler Medien halten viele Lehrer am klassischen Schulbuch fest. Trotz des Einsatzes digitaler Medien. Hier ist unsere nominale Struktur. Das müssen wir verbalisieren. Und auch hier beginnen wir mit unserer Präposition. Daraus machen wir wieder eine Konjunktion. Aus Trotz wird Obwohl. Obwohl halten viele Lehrer am klassischen Schulbuch fest. Der nächste Schritt ist, dass wir uns überlegen müssen, wer macht was. Wer setzt was ein. Was ist wahrscheinlich die digitalen Medien. Wer wissen wir nicht. Wenn man nicht weiß, wer das Subjekt ist, dann kann man einen Satz mit man oder einen Passivsatz machen. Man setzt etwas ein oder etwas wird eingesetzt. Obwohl man. Was setzt man ein? Digitale Medien. Unser Genitivattribut wird hier wieder zu einem Akkusativobjekt. Obwohl man was einsetzt. Bleibt am Ende wieder unser Verb und die passende Zeit. Trotz des Einsatzes digitaler Medien halten viele Lehrer am klassischen Schulbuch fest. Auch hier können wir sagen, das passiert gleichzeitig. Der Einsatz digitaler Medien und Festhalten am klassischen Schulbuch passiert zur gleichen Zeit. Präsens in unserem Hauptsatz bedeutet dann auch Präsens in unserem Nebensatz. Obwohl man digitale Medien einsetzt, halten viele Lehrer am klassischen Schulbuch fest. Oder in der Passivvariante, obwohl digitale Medien eingesetzt werden, halten viele Lehrer am klassischen Schulbuch fest. Ob sie die Aktivvariante oder die Passivvariante nehmen, macht keinen großen Unterschied. Das wäre alles, was es zum Thema Nominalisieren und Verbalisieren zu sagen gibt. Viel Spaß beim Nominalisieren und Verbalisieren. Und denken Sie daran, wenn Sie mehr Tipps und Tricks suchen, finden Sie das auf meinem Grammatikkanal bei YouTube oder in der Facebook-Gruppe Grammatik mit Norbert oder auf Twitter. Vielen Dank. Vielen Dank.